So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Hellblade. Wir haben die Prüfung gemeistert und gehen durch das Tor. Schließen wir sie komplett ab und gehen wir in die letzte Prüfung rein. Das würde ich jetzt einmal vorschlagen. Da vorne ist er. Ich komme, mein Liebster. Und wir haben alle Steine gefunden, wieder. Ziemlich nice. Sehr gut. So, ich balanciere mal drüber. So, er ist die Dinge, die er liebt. Dillian! Oh, er deutet dir, dass du drüber kommen sollst. Na, dann gehen wir halt drüber. Dillian hat niemals viel gebraucht für das Unterwelt. Er hat schüttelt auf die Druiden, wie ihr Vater, Zimbal. Ich glaube, er hat ihn nach seinem Vater genommen. Ein Schieftan, der nicht glaubte, was er nicht sehen konnte. Sehr gut. Oh, das ist cool. Und jetzt springst du runter, gell? Das war eh klar. Oh, ich war er. Oh, ich bin klar. Oh, ich bin klar. Oh, okay. Oh, ich bin klar. My own father was born blind. He doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark here means as little as the word light. So if someone is afraid of the dark, should we fix them by taking away their sight? But you give up the beautiful world. Du, und nur du, kannst dich sehen, nur um deine Erinnerungen auszutzen. Oder ist das der Preis, die du verabschiedst, die du hast? A gift, die dich so speziell ist, in meinen Augen. Nur eine andere Teil der Person, die du bist. Ich lasse die Wilde, um dich von meiner Schmerzen zu beschützen. Weil ich dich liebe. Aber es hat es schlimmer gemacht. Ich bin sehr entschuldig. Du hast es getan, du hast es getan. Du brauchst die Schmerzen. Geh, die Schmerzen. Du musst die Schmerzen holen. Du musst die Schmerzen holen. Du wirst die Schmerzen holen. Du wirst die Schmerzen in die Halle von Helheim. Und die Schmerzen in die Halle von Helheim. Und die Schmerzen in die Halle von Helheim. So, Dillian hat mich geholfen. Oh, Dillian. Und die Schmerze wird mich zu ihm. Wie, als wir zuerst haben. Wieso sagen die, dass ich das Schwert holen soll? Ich... Ich habe ja noch nicht alle Prüfungen gemacht. Da hinten ist ja noch eine. So, da müssen wir rein. Erst wenn ich die gemacht habe, dann kann ich erst rein. Wieso sagen die dann trotzdem, dass ich es holen soll? Ist das eine Falle? Oh, komm, das probieren wir jetzt aus. Sterbe ich jetzt? Na, oder? Ich habe einmal eine Pläge gesehen, in den Norden Landen der Eis. Es war so schrecklich, dass nicht der größte Mann in uns kann sich das so kennenlernen. Hundreds die Menschen sterben. Die Schmerzen nahmen alle 40-jährige Menschen und viele älteren. Und wo die Mütige Mütige gaben, die Worte verschönen. Und wo die Mütige gaben? die Hände vertreten wurde? die sich nicht aus der Wurden kamen. Die Mütige kamen, die sich nicht umgekehrt haben. Die Mütige gaben, die Mütige gaben, die Mütige gaben, die Mütige gaben, die Mütige gaben. Die Mütige gaben. Wo ist er? Wo sind wir? Das ist falsch. Das muss falsch sein. Ich habe das gemacht. Ich denke, dass du siehst du. Er sagt, dass nur 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 noch etwas zu tun ist. Du kannst... Es ist ein Test. Wie die alten Warrior-Trennen. Sie kann es fast nicht so essen. Ein Gang? Es war am Frühjahr, als sie zu den Rund mit Dillian und den anderen. Oh, okay. Die Brücke. Sie ist zerbrochen. Wie sollst du sie zerbrochen? Wie sollst du sie zerbrochen? Du musst... Die Brücke ist ganz. Ja, okay, gut. Bis auf den Schluss. Moment. Ah, die Brücke. Aha, aha, aha. Okay. Boah, da muss ich aber ziemlich weit zurückgehen da. Moment. Da gibt's noch so ein Tor. Ich muss auf den Turm. Okay. Das heißt, die Trümmer werden wegfallen, wenn ich durch dieses Tor gehe. Ja. Genau so, wie ich's mir denke. Wir müssen irgendwo hoch hinauf. Aber jetzt ist die Leiter weg. Moment. Ah, okay. Ja, ja, ja. An alles gedacht, die Entwickler. Sehr, sehr brav. Sehr, sehr brav. Sehr, sehr löblich. Oh, da ist er. Da ist er. Hier sollte es nur zwei Steine geben. Okay. Die Nordmann sprechen von einem Todmöden. Ein Licht, wie eine Halbmöden, ein Licht, ein Licht, ein Licht, und ein Licht. Aber das ist nicht das Ende davon. Weil die Todes wieder zurückkommen, um das Leben zu schlafen. Wenn du die Todmöden sehen, dann bewaren. Weil es gibt Todmöden in diesem Haus. Niemand wird sterben in diesem Haus. Okay. So, die Trümmer sind wieder da, oder? Nein. Oh, n... Hä? Bin ich jetzt eh richtig? Hä? Ah? Ah, ja, ja, ja. Ich verstehe. Ich gehe da durch. Und jetzt baue ich die Brücke wieder zusammen. Ich verstehe schon. Ich verstehe das. Jetzt müssen wir da wieder durchgehen. Und das ist offen. Ja. Sehr gut. Ich habe da eine Möglichkeit gefunden, den Turm zu besteigen, ja. Haha, danke, dass du mir das trotzdem sagst. So, und jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, von hier aus... ...das irgendwie so zu konstruieren. ...und dann... ...perfekt. Und die Brücke ist wieder ganz. So, hier oben ist eh nichts. Ich schätze mal, der letzte Stein ist da drin in dem Haus. Nehme ich einmal an. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Einer sollte noch da sein. Mal schauen, ob wir den finden. Ich hoffe es. Vielleicht kriege ich auch ein Trophäe, wenn ich alle finde. Das heißt, ich spiele das Spiel dann noch einmal durch. So, und da komme ich dann rauf, ey. Sehr gut. Na, haben wir doch gut gemacht. Und ziemlich schnell sogar. Boah. Wie sich das immer so verändert, so... ...so krass einfach nur so schnell. So, da hinten ist kein Stein. Okay. Schauen wir noch auf die andere Seite. Na, das ist nur das Tor. Aber hier unten waren wir ja. Hier unten waren wir ja. Und da unten war ja nichts. Vielleicht hier irgendwo. Hier ist nichts. Aber hier kann ich noch nach hinten gehen, oder? Nein, kann ich auch nicht mehr. Oh ja, na warte jetzt. Ah, 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 ah. Nein, kann ich nicht. Da nach hinten kann ich auch nicht. Okay, passt. Da müsste eigentlich der letzte Stein da drinnen sein. Vielleicht habe ich ja recht. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht. Wir werden es dann gleich sehen. Da hinten leuchtet was. Ich glaube, das ist eh Dillion. Zenoa! Komm zu mir! Wo bist du? Ich bin hier! Ich bin gerade hier! Bist du da drin? Komm raus! Da ist er! Ich habe ihn gefunden! Da ist er! Ich habe ihn gefunden! So, darf ich? Ohne dass immer wieder diese Scheiß-Stimmen dazwischen reden! Ich habe ihn gefunden! Du kannst nicht öffnen. Es war ein Nordmann called Grettir. Big, red-haired, immensely strong. But he was afraid of the dark. It happened one night that an undead creature came to his house to drag him outside into darkness and kill him. He resisted with every ounce of his strength. He clung to the doorframe but it gave way and they spilled out of the house and the monster fell back and the moon shone down on its ghastly face. Grettir, terrified, cuts off its head but is cursed forever. From that moment on, wherever he was, he would see those hideous eyes staring back at him. Sometimes we allow our own fear to haunt us to our grave. Also, zwei Kapitel sollten dann noch kommen, dann sind wir fertig mit dem Let's Play. Ich hoffe es gefällt euch. Ich hoffe es gefällt euch. Ich hoffe es gefällt euch. Es, wie gesagt, es ist ein bisschen eintönig halt. Aber ja. Ah, ok! Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch... DELIAT! Okay, wir müssen drei Sachen finden und davon war Feuer, was anscheinend näher kommt. Wenn ich das richtig höre, ich bin mir nicht sicher. Hallo? 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 Ja toll. Lauf, 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 Mädchen. Komme ich dort unten durch? Ja, sehr gut. Also ich darf nicht ins Feuer. Die Typen da verfolgen mich anscheinend. Was soll ich tun? Ich kann auch gar nicht lesen, was da steht. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Kann ich da rund um und umgehen? Ja. Okay, eins noch. Da kommt es. Was auch immer es ist. Weg, 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 Senor. Lauf. Beweg dich, beweg dich. So, wo ist es? Ich glaube, da hinten leuchtet es. Jo, sehr gut, sehr gut. Komm, komm, komm. Gib Gas, gib Gas. Und... Sehr gut. Los, 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 los. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Boah, bis deppert. Wir laufen lieber... ...links herum. Kann ich da nach vorne und rechts? Sehr gut, ja. Das passt schon. Ich laufe gerne einen längeren Weg. Und da vorne ist die Tür. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Geschafft. Geh durch, geh durch, geh durch. Ah. 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 No. Was ist passiert? Sie sind mich für die Plague. Sie sagen, dass ich mich cursed bin. Was ist das Recht? Wie wissen sie so etwas? Sind sie Gods? Wir sind nur Menschen. Gute Menschen, aber sie sind Angst. Sie sind Angst, was sie nicht sehen können. Sie sind Kinder, Angst vor der Dunkelheit. Sie machen historien, um die Vögel zu lösen. Was mein Vater? Sie müssen aus dieser Dunkelheit gehen. Sie sehen, wie ich bin. Sie sind nicht ein Monster. Without you, die Schmerzen hat mich ein Monster gemacht. Okay Ich hab mir gedacht, jetzt kommt noch was Deswegen bin ich ruhig Wir sollten eigentlich alle Aufgaben Gemeistert so haben Ich hoffe Zumindest sehe ich nichts mehr leuchten Von dem Standpunkt her sollte das passen Gut, dann machen wir gleich Bad Ende Und im nächsten Part ziehen wir dann das Schwert raus Ein herrlicher Vorschlag von mir, oder? Jeder wird mich hassen Na, zieh es jetzt aus Ich möchte es weiter sehen, oder keine Ahnung Na, das Spiel ist schon alt Ich glaube, das wird auch keine Aufrufe mehr kriegen Aber trotzdem möchte ich es euch zeigen So, ich stelle mich da davor Und ich bedanke mich bei euch Wie immer ganz herzlich fürs Zusehen Macht's das gut, tschüss Baba Euer Herzfehler